Willkommen bei Autoserie in Germany heute. Heute präsentieren Ihnen drei Porsche Turbo S, zweimal als Coupé und einmal als Cabrio. Fahrzeuge wurden alle von uns so bestellt und ausgestattet, dass Sie schnell einen Kunden finden können in unserem Raum. Einmal Blau-Rot als Coupé und der Sonderlack im Blau hat ca. 17.000 Euro gekostet. Keramik-Bremsanlage, wunderschöne rote Leder innen drin, alles aus Carbon mit Krono-Paket. PdK, Panoramadach, Porsche Wappen, großes Sitzpaket, sogar die Schlüssel wurden als Außenfarbe bestellt. Fahrzeug verfügt über Licht, Burmester Sound System. Diese Fahrzeuge sind reine Sportwägen und sind der klare Konkurrent für ein Lamborghini-Aventador. Carbon Lenkrad. Das ist eine verrückte Farbaufstattung. Hier ist das Cabriolet mit blauem Verdeck, auch ein Turporez. Und innen drin das blaue Leder, das harmoniert sehr gut zusammen. Alles andere ist auch in Carbon gearbeitet, Sport-Krono-Paket und die Counter auch in Gelb zur Außenfarbe gewählt. Sehr schöne Farbwahl, auch von uns getroffen. Die Kunden finden es toll. Das neue Design von Lenkrad schon. Das neue Design von Lenkrad schon. Das neue Design von Lenkrad schon. Die Technologie-Aventador Die Technologie-Aventador Die Technologie-Aventador Und das ist eine Anliekrad-Avent forcément.